Hast du dich schon mal ernsthaft die Verletzung trainiert? Ich war schon länger her, 3-4 Jahre. Das war meine krasseste Verletzung. War bisschen dumm so, weißt du. Wir hatten keinen Kampfschild anstehen, wir hatten Off-Season. Da hab ich Bankdrücken gemacht, hab mich so ein bisschen motivieren lassen. Mit 170 Kilo, 4 Wiederholungen. In der Zeit war ich auch sehr, sehr kräftig, sehr powerful. Aber war einfach zu spät, weißt du. Ich hatte, glaub ich, um 11 Uhr oder 11.30 Uhr abends, nachts Fitnessstudio gefahren. Hab dann trainiert mit ein, zwei Freunden. Hab 150 Kilo gedrückt. 6 Wiederholungen, kein Problem. Alter, komm, pack 170. Ich versuch dreimal zu drücken. Erste, zweite, dritte. Dann wollte ich noch einen machen. Glück und Unglück. Das ist nicht die Sehne gewesen. Ich hab mir nur quasi den Brustmuskel gerissen. Nur, aber nichts wildes halt. Also wie gesagt, es war so 6-8 Wochen kein Boxtraining. Es war nur Laufen, Fahrradfahren, nur Konditionssachen. Aber Gott sei Dank geht's jetzt viel, viel besser. Keine Verletzung mehr. Deswegen übertreib ich auch mit dem Gewicht. Ich geh maximal nur bis 150 Kilo hoch. Und mach dann halt 4-5 Wiederholungen. Und das reicht auch.